Mein Name ist Lubna Mesaoudi. Ich bin die Gründerin von BeWalk Rising. Das ist der erste intersektionale Coworking Space und Social Club speziell an den Bedürfnissen von Frauen, nicht-binären Menschen, Intersex und Transmenschen auf Color gerichtet. Die Idee kam mir vor einigen Jahren, als ich selbst auf der Suche war nach sicheren Arbeitsplätzen und mir ist aufgefallen, dass bei den über 150 Coworking Spaces in Berlin nicht ein einziges an Frauen of Color gerichtet ist oder an andere Gender of Color und dann dachte ich mir, was es noch nicht gibt, kann ja ich noch schaffen.